Bei dem Projekt KI-Marktplatz für die Produktentstehung geht es darum, eine Plattform zu entwickeln, die es Unternehmen ermöglicht, auf KI-Lösungen zuzugreifen, die andere Unternehmen, vor allem auch Start-ups oder Forschungseinrichtungen zur Verfügung stellen. Und diese KI-Anwendungen fokussieren sich vor allem um den sogenannten Produktentstehungsprozess, also den Teil, der ein Unternehmen durchläuft, um ein neues Produkt zu entwickeln. Das Forschungsprojekt hat zwei Ziele. Zum einen eine technische Plattform zu entwickeln, die die technischen Möglichkeiten im State-of-the-Art nutzen und sie auch weiterentwickeln. Also wir starten hier mit ganz einfachen Funktionen, die man aus einer Plattform wie Amazon letztlich kennt, bringen aber auch technische Ansätze aus unserem Sonderforschungsbereich On-the-Fly-Computing dort mit ein, wo wir Bausteine selbst sich konfigurieren lassen. Das ist die technische Seite und das nicht technische Ziel ist, dass wir um das Ganze herum ein Ökosystem bauen, also aus Nutzern und Benutzern dieser Plattform, Anbietern, Technologieentwicklern, Start-ups, die das Ganze dann zum Fliegen bringen. Das Prakt hat einen sehr deutlichen Praxisbezug, weil wir mit dieser Plattform des KI-Marktplatzes dort ansetzen, wo wir glauben, dass gerade mittelständische Unternehmen eine Herausforderung haben, wo wir sie auch in der Region haben, nämlich Zugang zu KI-Technologie und Know-how. Auf der anderen Seite auch die Möglichkeit, ihre Lösungen selber anzubieten und über so eine Plattform zu multiplizieren, die jetzt im eigenen Vertriebskanal so weltweit gar nicht möglich sind. Und dadurch glauben wir, dass wir das Thema KI made in OWL, aber auch aus OWL nach außen treiben können, signifikant beschleunigen können. Also es gibt natürlich viele Marktplätze, digitale Marktplätze. Es gibt auch viele Marktplätze auch schon für KI-Lösungen, aber keinen Marktplatz. Das haben wir auch sehr ausführlich recherchiert. In mehreren Studien auch können wir das belegen, die sich wirklich auf diesen Bereich der Pukt-Entstehung, der Pukt-Innovation fokussieren. Denn die meisten versuchen ja eine KI-Anwendung direkt in ihr Produkt zu integrieren, aber wir unterstützen ja den Weg zum intelligenten Produkt dorthin. Und dort wird auf der Großteil der Kosten in einem Unternehmen ein, die werden dort verursacht. Und deswegen glaube ich, dass wir dann einen sehr starken Hebel haben.